Teerlicht dabei, ne? Gummide und Teerlicht. Also immer, wenn du aus dem Haus gehst, du sagst, mal überlegen, Hose zu, Gummide und Teerlicht dabei. Naja. Was wollte ich sagen? Na, eigentlich meine ich aber was ganz anderes. Was macht man, wenn es romantisch werden soll? Recht auf! Recht auf! Recht auf! Man macht ein Feuerzeug an erstmal, meine Güte! Boah! Ja, man merkt schon, dass ihr das nicht zum Spaß dürft. Das ist schon irgendwie... Also dürfen wir jetzt mal ein bisschen Feuer sehen, vielleicht für die Romantik. Eins, zwei, drei, vier Romantiker, fünf, sechs Romantiker entfangen, sieben Romantiker entfangen, acht Romantiker. Also wenn wir zehn zusammen haben, würden wir anfangen. Also bei allen, wir haben noch keine Zeit. So, da sind die beiden, die wir noch brauchen. Hier ist passend zum Romantik-Asset mit dem schönen Titel Spiel mit dem Feuer! Ich hab kein dickes Atom! Ich hab ein wenig Geh'n! Und ich hab auch nicht viel Geh'n! Und ich hab auch nicht viel Geh'n! Ja, 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 ja. Nene, 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 ich hab kein dickes Auto! Und ich hab auch keine Wandelschulverschreibung, Tresor oder Rohdiamatten oder Notogewehrung oder ne Freundin, die einen reichen Vater hat, der sie genug lieb hat, damit sie mich nicht durchzieht. Alles, was ich hab, ist diese kleine, aber feine Band hier. Wisst ihr, was ich deswegen hab? Das hast du auch schon. Überhaupt nicht viel Geld! Jetzt kommt die gute Nacht für den Kurs. Doch, ich küsste nicht den Ratter! Ich muss hier am besten in der Band. Ich muss hier am besten beginnen. Das spürst du stets, die Sachen, die du sagst Du fasst mir an, dass genau da, wo du weißt, dass ich mach Und genau, wo bist du schon Du bist die Welt zu sehen, die du schon nachfällst Das spürst du stets, die du schon nachfällst Das spürst du aus, die du schon nachfällst Nenn dich mal zum Anfang, du sagst mir zu gehen, die du schon nachfällst Du bist die Welt zu sehen, die du schon nachfällst Du bist die Welt zu sehen, die du schon nachfällst Du bist die Welt zu sehen, die du schon nachfällst Du bist die Welt zu sehen, die du schon nachfällst Du bist die Welt zu sehen, die du schon nachfällst Du bist die Welt zu sehen, die du schon nachfällst Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR